abwechselnd schlafen das klappt ja leider nicht das klappt nicht richtig aber wir könnten es trotzdem tun was wollte ich denn jetzt noch dann wollte ich jetzt warten bis Tag ist und dann noch einmal in den Battle Tower rein ich will auch ja da ist mitkommen dankeschön dann ficken wir die voll in den Arsch ach hier ist ja noch voll viel Mörtel und versenkte Ziegel krass haben wir noch Kies hast du Kies unten äh bisschen ich habe auch noch 40 auf hier auf Tasche ja dann gib mir die mal mehr als 40 brauche ich sowieso nicht weil ich nur 40 Sand habe dann kann ich noch mal ein paar Ziegel brennen ich bring dir gleich mal dein Schweinefleisch dein Steak Steak dein Steak hier bitteschön bitteschön Sand, Glas, Nahrung ist das hier Nahrungszubehör Transport Botanik Botanik finde ich gut Bergzeuge Bergzeuge Waffen wo war denn hier Mob Drop da da können wir die Schokobo Federn rein noch so können wir noch nützliches bauen hier was gibt es denn da noch kann halt auch Eisenbögen bauen aber ich weiß halt auch Eisenbögen man kann auch einen Eisenbogen bauen krass ich weiß halt nur nicht mehr wie der String ging deswegen ist das ein bisschen schlecht Baustring Pattern ich möchte aber einen Baustring ich möchte nicht nur Pattern haben in den Pfeilen auch mal Eisen oder Stein äh Feder Flint und Stick ist sogar nicht oh wie geht denn in den langen Bogen Feder hatten wir doch auch irgendwie tausende von oder so naja nicht einsortiert so wie es aussieht ah stimmt wir können ja auch äh wir sollten uns eine Obsidian Farm machen mhm äh weil wir können auch Obsidian einschmelzen und Obsidian Sachen bauen gehen die nicht kaputt äh die haben Reinforce 3 das ist dann viel ich meine ja ey warte mal soll ich einfach Diamant-Schwerter bauen der ist hier im Süden oder sind die gar nicht so krass der Diamant ist hier nicht mehr so krass okay so willst du Pfeile haben ähm ich hab 25 noch bis seitdem 45 ne ich bin erstmal zufrieden danke okay das hat keine Pfeile so warte wie ging nochmal äh so wie denkt man die Teile Bögen nur Stock und Seil ne ja das hat natürlich zwei Seile zu wenig so kann ich grad mal was gucken hier ob ich hier noch so einen anderen Ausguss bauen kann so ein Ausguss ob mir dann gleich hier alles entgegenkommt und der Ofen der Ofen dann voll im voll im Arsch ist wir können halt auch komplette Blöcke gießen wenn man hier zum Beispiel den Mist raus haben möchte mhm okay dann kann man halt auch komplette Blöcke einmal gießen und die später wieder reinschmeißen die Sache ist halt auch die dass da immer nur also das Material was ganz unten ist das wird halt genommen also als Ausfluss brauchst du noch Fackeln äh neun Stück hab ich noch also passt erstmal danke ja ich hab jetzt gerade 68 ui ja dann kannst du mir noch ein paar geben haben wir noch irgendwo vier Eisen vier Eisen hab ich gerade oben hinter diesem Fackeln dann würde ich die einmal kurz die vier Eisendinger einschmelzen dann könnte ich nämlich noch einen zweiten Block gießen dann wäre das Eisen aus dem Ofen raus ja ich bring grad Beeren pflücken dankeschön wie krass das hier am wachsen ist hätte ich gar nicht gedacht so hätte ich nicht gedacht Lava haben wir noch genug drin und ein Lava-Eimer haben wir noch ich geh nochmal neue holen vorsichtshalber dann müssen wir aber doch schon los wie los was ach ja weil es würde ich jetzt gerade glaube ich Tag ach so ach so los meinst du ich dachte jetzt so los los ich dachte jetzt so los los für Lava ist erstmal gesorgt wir müssen halt gucken wie weit wir dann hoch gehen weil oben sitzt halt dieser fette Golem drauf wenn man den aktiviert fängt halt der Turm an äh einzustürzen wie man anfängt ihn zu hauen sobald er einen gesichtet hat das ist bei mir öfters auch schon passiert dass das noch drei Etagen oder zwei Etagen unter dem war oh und dann halt hochrennen während der Turm um einen herum einstürzt das Viech kaputt kloppen mhm ja ok was ah es ist noch Nacht es ist noch Nacht ja hast du genug Essen ich habe genug Essen ich habe acht Steaks vier Hühnchen und jede Menge Beeren ok wir haben 17 Diaz mhm das könnte sein ja wenn ich mal gerade mal eben das eine können wir eigentlich die Höhle mit Diamantblöcken auskleiden oder? wahrscheinlich ich wollte mal ins in das eine Handbuch reingucken ähm wie das denn mit Obsidian aussieht was das so kann Mining Level 3 ok das ist voll unstabil das Zeug das ist ja voll kacke ob sie ja das ist ja nicht so gut selbst die Knochensachen sind besser Alumid haben wir noch nicht ne? ne ich meine Aluminium ja ich brauche aber ich meine aber Alumid also lohnt sich Obsidian gar nicht so das hat zwar Reinforced was auch immer das war Reinforced ist das was wir immer machen an der ja aber das ist ja eine Verzauberung mhm wissen wir gerade nicht mehr welche das war ist halt Mining Level 3 das wäre schon mal nicht schlecht also Obsidian sollten wir uns vielleicht doch mal holen wenn wir in den Neta reingehen um Darts abzubauen so ich glaube wir können los morgen Dämmerung schließt ab komm mit Pickle jetzt mal den Battle Tower erkunden ach das ist ja das blöde Handbuch mit das brauche doch gar nicht oh egal hier wird Ei wo kommt hier Ei piss dich blöde Zombie oh da ist ein Creeper da war ein Creeper muss man einen Pfeil noch wieder haben hier komm mit die verbrennen doch eh gleich alle stimmt schon da ist noch eine Spalte oh da ist Eisen ach da unten ist das Kackpferd da sind zwei Kackpferde hä wie das sind Kackpferde da sind zwei Kackpferde in der Spalte drin und da ist Eisen boah Alter die machen dann Lärm ja und das obwohl der Sound voll leise eingestellt ist richtige Hurensohnpferde mega haben wir hier denn schönes so reiner in dem Let's Play mit dir würden wir natürlich nicht so rumfluchen genau das ist noch wichtig zu sagen guck mal hier ist auch noch so Kies wo auch Materialien drin sind das gibt es auch noch glaube ich hier das hier ja auch noch da sind wir gerade auch noch ein wenig vorbeigelaufen das hier ist glaube ich Gold drin hast du eine Schaufel mit ja aber keine sehr haltbare das ist nicht schlimm was ist denn das für Kies Gold Kies Gold Kies gut das andere müsste Kupfer sein hm das kann ja was man mit den Emerald Shards gemacht hat den kriegt man ja auch laufend so wir wollten ja eigentlich hatten wir ein Ziel ne ja da gehen wir jetzt auch hin gut nicht dass wir jetzt hier ich mach nur ja die Gräser mach ich halt nur ganz gerne kaputt weil da Pfeile rauskommen achso hin und wieder ich würde sagen wir können jeden Pfeil gebrauchen hm den wir kriegen können ach hier waren wir schon noch ja ich müsste den Turm gleich auch sehen glaube ich wie weit ist denn meine Sichtweite eingestellt ja weit ja wo ist mir eigentlich auch der Karte angezeigt sonst hab ich dich verloren da waren so ein Bär ja ich seh dich aber hier lässt die Bären in Ruhe die machen nix ach da bist du ja so mir haben hier bis jetzt noch nix getan ach da hinten ist der Turm hm oh 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 warte mal warte mal warte 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 oh das sollten wir mitnehmen haben wir hier Satkupfer ja kommt auch mal mit man weiß ob man das später noch gebrauchen kann hm noch Diamanten so bist du wieder oben ja ja was gibt's denn hier noch so da fahren so nach Fassilien oh einmal ein bisschen leuchten hier drin Eissapfen oh ja bekackter Wasser hier scheiß schalakt scheiß hater Wasser kommst du oder was? ich hab noch Eisen gefunden so ja jetzt haben wir unsere ersten Werkzeuge schon haben äh aus der Schmiede brauchen wir das ja immer noch zum reparieren nachher ne? mhm für Eisen hab ich dann jetzt 10 ja da kann man noch mit arbeiten oh oh Pilze komm auch mit nehm dir mal noch ein paar Bieren mit ich hab gar Pilze genommen genommen oder gepflückt beides oh 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 Kommst du? Ja. Schafe! Ich bin gleich am Turm. Ja, ich bin am Turm. Achso, gut. Ich muss mir gerade hier die Schafe erledigen. In der Hoffnung, dass sie drei Wolle droppen. Hä, wo ist denn mein Brot hin? Vielleicht hast du gegessen. Nein, ich habe nur zwei Wolle gekriegt. Ich glaube, du sein müsst. Aber wir haben ja glaube ich noch Cottonseeds und da ist irgendwo noch ein... So, wir müssen von der linken Seite am besten rein. Hase! Boah, hat der geschrieben. Ja. Ja, dann auf ins Gefecht. Auf ins Besonderes. Ich kann auch direkt die Spawner abbauen, am besten. So, was habe ich da vorher nicht mitgenommen? In die Kiste mit, die ist wertvoll. So sind zwei Kisten, ne? Ich habe nicht mehr so viel Platz, stelle ich gerade fest. Ja, ich habe... Oh, ich habe auch nicht mehr so viel Platz. Scheiße. Aber ich kann die Hose anziehen. Ich schleiche mich schon mal nach oben mit Pfeil und Bogen in der Hand. Kannst du aus der Tür raus? Dann kann ich auch schließen. Ja, ich... Uiuiui. Bist du tot? Ne, ne. Ach, da bist du. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass ich dir ins Gesicht schieße. Das hätte ich eher... für ungut befunden. Das hast du gefunden? Das hätte ich eher für ungut befunden. So, ja, das... Oh, unser Skelett. Krass. Erfahrungsflashchen. Haben wir genug Spawner kaputt? Äh, die...